Also die waren halt nicht zu erkennen und uns waren bemühen und das war ganz interessant, aber ich wollte mich nicht daran orientieren. Eigentlich war das wesentliche Vorbereitung meiner Arbeit morgens joggen zu gehen, also irgendwie so etwas meditatives und währenddessen mir Fragen, die vermeintlich auf mich zukommen, also seien es jetzt von irgendwelchen Journalisten oder jetzt hier vom Publikum, die auf mich zukommen würden, mir selber beantworten zu können, damit ich akzeptieren kann und weiß, warum ich diesen Film mache und warum ich diese Figur spielen muss und mir der Relevanz bewusst zu werden. Und das war dann ziemlich schnell klar, also dass es einfach ein gesellschaftliches Problem ist und ich deswegen auch diese Figur nicht verraten darf, also kein Klischee, kein Zeichen darf, sondern da Szene für Szene irgendwie diesem Menschen gerecht werden muss, der halt verstanden werden muss, also wo das Publikum eine Emotionalität verspüren muss, die sie nicht verschreckt, sondern eher verständnisvoll entgegenkommen kann. So, es war nicht sehr schön, denn es gab keine Gefährdungen. Au début, wir haben ein paar Interviews und Témoignages von Menschen, die Anonymen und die Gesichter erzählten, die ihre Leben quotidienste erzählten. Und ich habe sehr schnell gesehen, dass ich nicht in diese Richtung wollte. Und ich habe mich überrascht, dass ich mich überrascht habe, dass ich mich überrascht habe. Und ich habe mich überrascht, zu fragen, warum ich dieses Film gemacht habe, warum ich in diesem Film war war. Und ich habe mich überrascht, zu fragen, die anderen Fragen zu stellen. Und das ist so, dass ich die Antworten habe. Und ich wollte auch, dass ich mich überrascht habe, dass ich mich überrascht habe. Für mich war es wichtig, dass diese Person justice zu haben, ohne sie zu trahieren. Und auf einem emotionalen Plan zu verstehen, wie sie fühlte, was sie zu tun. Und dafür war es natürlich gut, jemanden zu haben, dem ich vertraue. Grundsätzlich habe ich, wie wir besprochen haben, wenig Technik. Also ich war auf einer Schauspielschule oder habe jetzt irgendwelche Sachen im Repertoire, die mich die Sachen technisch herstellen lassen. Sondern es geht eigentlich immer um eine Situation, die man zusammenarbeitet, solange ich Vertrauen habe. Bin ich bereit, alles irgendwie zu machen, um dem entgegenzukommen und mich zu öffnen. Also. 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 So. 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 Ich bin auch bereit, zu sehr, sehr weit und zu zeigen, dass viele Dinge im Büro.